Ohto-san, ich kann mich nicht erinnern, oder? Ich habe auch einen Kuri-Rin-San mit den Kuri-Rin-San gesetzt. Oh, du bist aufgeregt. Oh, du bist aufgeregt. Ähm... Ich hab doch nichts vergessen, oder? Alles bereit. Okay. Ja, ich müsste loslegen können. Okay, wo sind alle? Ich muss mich nicht bemerken. Es ist natürlich nicht möglich, oder? Oh, da war's. Gohan! Es war sehr früh, oder? Nein, ich weiß nicht. Entschuldigung. Sie sind ein großartiges Kind, oder? Ja, das ist wirklich cool. Sehr schön, das ist so gut. Mr. Satan, da! Mr. Satan, da. Mr. Satan, da. Mr. Satan, da. Ich bin so schön! Mr. Satan, das ist ein Geist-Hier-Hier-Hier-Hier-Hier-Hier-Hier-Hier-Hier-Hier. Ich bin der Welt von Satan-Fan, ich bin der Zeit! Es ist so großartig. Ah! Ich bin Piccolo! Piccolo, habe ich gesehen? Ja, ich habe nicht gesehen. Aber du bist so großartig. Wie ist das, Gokusa? Ich bin schon in der Sprechung. Ich bin schon in der Sprechung. Schau! Son-kun! Gokku! Gokku! Otoon-san! Gokku! Gokku! Otoon-san-da-zo! Ah! Sokku-ja-to-omot-ta-ra-o-ra-no-ko-ka! ell-er-and- bása-ta-wa-you! Gokku-ja-man-ding-ä-ba-an-da-uma-pa-yu-yo-pa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa, ga-de-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wawa-wa-wa-wa-wa-wa-wa. Ja, das ist gut. Alle, sehr gut. Ja, dann gehen wir. Na, Koten, wir schauen uns hier. Es ist interessant. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Warte auf mich, Trunks. Jetzt sind wir zum Guten. Auch nicht schlecht. Begeb dich zu Trunks. Okay. Guck mal, da ist Mutten Roshi. Was für dich denn hierher? Brauchst du was? Wo ist denn Trunks? Bin ich blind oder sehe ich ihn nicht? Trunks. Da ist Pool. Da rein. Mit deinem Schuh reden. Oh? Kommst du klar, wenn du so hier alleine rumspazierst? Ja. Alles in Ordnung. Das ist so großartig, oder? Ja, das ist so großartig, oder? Na ja, wenn du so gut bist. Dann sind wir nicht so großartig, oder? Das ist auf jeden Fall, Son Goku-Soon. Du bist genauso temperamentvoll und mutig wie er. Na ja, ich schätze, du kommst schon klar. Ja, das denke ich auch. Ach, da ist Trunks. Oh, Goten. Schau dir doch. Es gibt viele Städte. Ja. Ja, wir sollten unseren Müttern was kaufen. Ja, wir sollten unseren Müttern was kaufen. Gute Idee. Schauen wir uns an, was wir hier haben. Dann entscheiden wir, was wir kaufen. Ja, gehen wir. Oh, was ist das? Ah, warte mal! Hey, warte auf mich! Ich glaube, wir wollen uns auch schnell miteinander kämpfen, oder? Ja, aber wir kämen nicht gegen meinen Bruder an. Und gegen Vegeta auch nicht. Hm. Na ja. Wir können sich auf jeden Fall schlagen, wenn wir älter sind. Schauen wir uns da drüben an. Äh, warte. Schauen wir uns das da drüben an. Ich bin jetzt Trunks als hinterher. Ja. 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 Ich glaube, unsere Mütter suchen uns. Wenn wir uns nicht mehr so zufrieden sind, werden wir uns sicher nichts mehr kaufen lassen. Ich weiß. Sagen wir, dass du dich verlaufen hast und ich nach dir gesucht habe, ja? Das sollte funktionieren. Hä? Ich habe mich verlaufen? Das funktioniert nur so. Es ist viel glaubwürdiger, wenn ich nach dir suche. Ich bin schließlich älter. Okay, bis dann. Okay, das ist unfair, Trunks. Befolge Trunks. Okay. Geschafft. Da bist du ja so ein Guten. Ich habe dich gefunden. Ja, ja. Ich habe mich mit Trunks verlaufen. Sagst du das? Ich habe mich verlaufen, oder? Ich habe mich verlaufen, oder? Hä? Warum hast du das gehört? Backe, Goten. Sag mal. Warte! Das ist doch so, Goten-chan. Das ist nichts. Ja, Trunks. Du bist älter und solltest es besser wissen. Entschuldigung. Dann gehen wir in den Spielkreis. Das ist gut. Wenn es weiter ist, wird es nicht mehr Zeit. Goten-chan, das ist gut. Ja, ich bin bereit. Ich denke mal, das sollte ich doch hinkriegen. In der Zwischenzeit haben Son Goku und die anderen die Arena rechtzeitig zur Auswahlrunde erreicht. Ja, ich bin bereit. 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 Und so nahm die Auswahl für das Weltturnier ihren Lauf. Aufgrund ihrer übelmenschlichen Stärke konnten sich Son Gohan und die anderen sehr schnell Startplätze im Turnier sichern. Gut, dass wir alle hart trainiert und es geschafft haben, was? Ha, nicht, dass man sich da hätte Sorgen machen müssen. Hä? Hallo, du musst Son Goku sein. Woher kennst du mich? Ich habe schon von dir gehört. Dürfte ich dir die Hand schütteln? Oh. Oh. Schön, dich kennenzulernen. Entschuldigung. Ich habe eine gute Wunderschöne. Wie ich gehört habe, bist du ein netter Mensch. Äh? Dann, ich bitte entschuldigen. Na, was ist das, Son? Ich weiß nicht. Aber... Ich habe keine Ahnung, aber weißt du... Ich habe das Gefühl, dass dieses Turnier doch kein Spaziergang wird. Außer dem beiden da sehen alle wie Schwächlinge aus. Was ist mit den Typen da? Die sehen komisch aus. Als wären sie stärker, als sie sein dürften. So nahm das Kampfsport-Weltturnier-Seinlauf. Die meisten Z-Krieger wurden über die Kämpfe verteilt. Er war schicksalshafterweise, trafen Son Goku und Vegeta im sechsten Kampf der ersten Runde aufeinander. Krilin setzte die Messlatte, indem er im ersten Kampf kurzen Prozess mit seinem Gegner machte. Im zweiten Kampf traf Piccolo auf den geheimnisvollen Shin. Aber... Was ist das? Das ist nicht so, dass er mit ihm nicht kämpft ist. Das ist das erste Mal. Was ist das? Wer ist denn das? Ich verstehe das. Aber jetzt... Wir freuen uns jetzt die Spiele. Ich... Entschuldigung. Ich bin raus. Ich bin gefährlich. Hä? Ich bin gefährlich. Ich bin gefährlich. Ich bin gefährlich. Ich verstehe. Er ist also der ehemalige Hüter dieses Planeten. Dann weißt er vielleicht, wer ich bin. So, dann gehen wir weiter. Jetzt ist es der 3. Kampf. Biedel-Szpopović-Szpopović-Szpopović. Ich weiß nicht, aber... Du bist doch nicht etwa der Daikaiyo, oder? Nein, das bin ich nicht. Er ist der Kaiyoshin. Ka... Kaiyoshin? Bitte behalte es vorerst für dich. Ich will nicht, dass die anderen es jetzt schon... äh, es jetzt schon erfahren. Dann stehst du sogar über dem Daikaiyo, der über den 4 Kais... Ich meine, ich hab zwar von Göttern gehört, die über den Kais stehen, aber... ich wusste nicht, dass es die tatsächlich gibt. Was ist denn, Piccolo? Hat er so etwas zu sagen? Bissi... 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 Um... osuren... Du, dass jemand... V résFA了... Ich werde ihn mit ihm anrufen. Nein, ich werde ihn mit ihm anrufen. Ich werde ihn mit ihm anrufen. Ja, wenn man die nächste Spiel gewinnen kann, dann wird er mit dem zweiten Spiel gewonnen. Ich habe die Hände geschenkt. Das war gut. Bis zum nächsten Mal. Danke, Gohan-kun. Dann, alle warten. Ich habe es治iert! Ich bin der Kunde. Ich bin der Kunde. Der Kunde war die vierte Spiel. Der Kunde war mit einem Geist. Ich bin der Super Saiyajin. Wenn auch, dann würde ich mich wirklich helfen. Ich will probieren. Hä? Wie ist das Super Saiyajin? Wie wird das? Wie wird das? Ich verstehe das, was ich sofort. Erstens. Ich möchte das Super Saiyajin sehen. Das ist nicht so schade. Ich bin so ein Super Saiyajin. Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es kommt... Pikkuro! Was ist das? Was ist das? Was ich weiß nicht was? Aber... Ich kann es nicht sagen. Diese Leute sind der Kajau-Sin. Die ganzen Kajau-Sin sind der Kajau-Sin. Was? Ah, ich habe schon gehört, Kajau-Sin. Kajau-Sin? Ich bin der Kajau-Sin? Dann wird es, wie du deine Hoffnung hast. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, aber... Super Saiyajin... Omaß, dass der Kajau-Sin ist, dass der Kajau-Sin ist. Was? Was? Das Kajau-Sin? Was ist das besser? Du bist der Kajau-Sin. Sie sind der Kajau-Sin. Und ich bin der Kajau-Sin. Es ist erinnere, die Helfer-Sin. Es ist sie! Sie sind dabei. Huh? Ich bin eine Neufe-Sin. Mi-Ich habe ... Was... Spobobitsch! Ouh! Haa! Woh! 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 Bruno San 801, Woh! Woh! Ich werde das zwei Menschen nicht verletzen, als ich mich nicht mehr so verletzen kann. Wenn Sie so, dann können Sie mit mir hierher kommen. Ich werde sehr helfen. Was ist das? Herr Guck? Du hast ihn jetzt. Er sagt, dass der Kaor-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin-Sin. Das ist das, was ich mich sicher wissen. Ich bin so sicher. Ich bin auch. Mach dich, Kakerot! Was ist das für uns? Aber... ... ist das nicht so, was ich? Mach dich! Ich bin keinemann, oder was ich weiß, aber... ... aber ich bin einfach so. Es gibt einen Walsensysen, aber ich bin einfach nur bei dir, von einem Grundverschmack zu tun. Ich bin nicht sicher, dass ich dieses Jahr hier keine Runde vertreten würde. Okay. Ich bin nicht der Grund, aber nicht der Grund, die großen Kletzungen in Amerika-Its. I'll soon also beperren. Oh, meine Será! Ich bin nicht nur noch einreiben zu einem Tag, was es... Dann komm mal, gerne mit mir! Wir werden erst mal gehen. Ach so. Gehen wir! Was für das Essen? Das ist wirklich gut, was ich? Alles klar. Wenn ich das Essen zurückkehren, dann werde ich gleich gehen. Ich denke, ich werde das Essen auch gehen. Verdammt! Bis zum nächsten Mal. Ja. 魔人ブーの凄まじさは、作ったビビディですら手を焼くほどでした。 魔人ブーを一時的に封印して動けなくしておいたくらいです。 その隙にビビディを倒すことができたのですが、 魔導士ビビディには子供がいたのです。 親と同じ邪心を持った魔導士バビディが… もういいぞ、ソンゴハン。 くっ… あ? 守ってる? 一緒に来るがいい。何もかも話してやろう。 私も一緒に行っていい? いっぱいあるの、知りたいことが。お願い! 危なくなったら、絶対逃げるって約束できる? うん。 わかった。行こう。 魔人ブーですか? なるほど、そんなことが… でも、スポポビッチとヤムーは何のために武道会に? 長い間、封じ込められていた魔人ブーをよみがえらせるためには、 汚れていない巨大なエネルギーが必要らしい。 そこで、武道会にあの二人をよこしたのだ。 それより、このスピードでは追いつけない。 もう少しスピードを上げるぞ! 私には、これ以上は無理よ。 やっぱり、帰ったほうがいいよ。 想像よりずっとヤバそうだ。 そうするしかなさそうね。残念だけど。 でも、これでわかったわ。 やっぱり… 私だってどう考えてもちょっと変だなって思ってたんだから。 これでスッキリしたわ。 頑張ってね、コハンくん。 魔導士バビリーってやつを倒して、みんなを助けて。 うん。 死なないでね、コハンくん。 無事帰ってこられたら、デートとかしたいから。 もういいか? では、カイオウシン様たちに追いつくぞ! はい。すみませんでした。 ご視聴ありがとうございました。 ご視聴ありがとうございました。 バビリー… どんな奴だろ? よし! 急いでお父さんたちに追いつこう! ご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録よろしくお願いします。 またね! またね!